was kann noch weg dann tue das glaube ich doch mal weg oh geil ich gebe dir schon mal den Stein ach man warte geh runter du geh runter du bist so blöd also nochmal für dich du darfst nicht auf die Felder außer du weinlich außer draußen sehen außer du hältst Schiff gedrückt und dann kannst du auf die Felder gett er geht nix warte hier ist eine Spitze stein in die Truhe ja genau und die Spitzacke die liegt da die liegt da ok herz an Dankeschön hatte ich denn kein Holz von den anderen Dingen ne anscheinend nicht so dann das kann weg die können wir nur überhalten das 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 und das dann ganz viel Holz was wollen wir jetzt nochmal alles bauen also die dritte die zweite Etage stimmt ja und und das Dach Dach ok CC so und dann würde ich mal sagen ganz hart wir machen den Aufgang ich tue mal das eine Bett das tue ich mal in die Kiste ja mach das die Seeds kommen hier rein ich glaube wir können dann auch so langsam die Monster mal wieder anschalten oh das ist eine gute Idee in der nächsten Folge dann in der nächsten Folge das können wir mal gut machen also in der nächsten Aufnahme weil aus den aus den Sachen das wird ja jetzt keine keine eine Folge sind das wird ja jetzt naja wir können ja mal nach 15 Minuten oder so kurz Pause machen die Monster anschalten das kann man machen ich weiß jetzt aber nicht wann wir angefangen haben weißt du es nö so ähm wie machen wir das jetzt dann würde ich sagen machen wir zwei sind hier fest und dann muss hier hin also da hin so oder ja oh es ist ja schon wieder Nacht jo also entweder machen wir das ne das ist scheiße dat is scheiße ja das ist richtig scheiße ich hab zwar keine Ahnung wovon du redest aber ich sag einfach mal ja aua so was machst denn du gerade ich baue jetzt gerade die Treppe egal dann mach ich das jetzt so 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 und mach dann doppelte einfach hin doppelte jo und denk an den Kamin gell genau ach genau den Kamin den wollen wir ja den den machen wir oben zu unseren Betten gegenüber von unseren Betten jo so oh naja ne quatsch so die Treppe ist jetzt gebaut aber das muss das das kommt dann eben alles noch nach unten aber die die also die Öfen die werden dann nach unten kommen wenn wir irgendwann mal das Lager bauen die können ja erstmal weg die Blätter so so und so so Ist deine Mutter fertig mit Staubsaugen? Nee, noch nicht. Ist gerade noch dabei. Kommt die jetzt auch noch zu dir rein? Weiß ich nicht. Wer? Dann mache ich kurz auf Stumm. Ja, das ist eine gute Idee. Warte mal, ich muss noch mal testen, welche... welche... na, wie heißt es? Welche Taste das ist, welche ich auf dem Mikrofon drücken muss, wo ich dich hören kann. Nee, das war sie nicht. Nicht? Egal, du musst dich einfach dann auf... einfach stumm stellen. Ja. Wow, so ist das denn? Keine Ahnung. Ein kleiner Leck. Dann machen wir das 3 hoch. Wie viel Kabel hast du denn schon wieder? Äh, 2 mal 64. Das... Ah, ich weiß nicht, ob das reicht. Doch, das wird reichen. Ich hab in die Kiste noch 3 mal 64. Oh Gott, das reicht, das reicht, das reicht, Jana. Kannst wieder zurückkommen. Ich mach noch, bis die Spitzhacke kaputt ist. Mach das, das ist eine gute Idee. Dauert noch ein bisschen. Obwohl, wir brauchen doch mehrere, weil ich werd das ja mit Dings machen, mit, ähm... Na, mit Stufen. Mit Stufen sieht das viel besser aus. Mhm. Also... So ein... Was machen die Sublinks hier, ey? Oh... Ist das eine Dinger? Sublinks. Mhm. So, Kabel, 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 Kabel. Und nochmal 22. Die 13, die können weg. So. Ähm... Ja, das ist echt scheiße. Warte mal. Die tue ich jetzt gerade mal weg. Was ist scheiße? Der Aufgang hier jetzt zur 2. Etage, die liegt nah, die liegt da ist 1 bis zum Ofen und bis zur Workbench. Ah, das kann man hierhin machen, das ist eine gute Idee. Dann machen wir... Damit das auch gut aussieht. Warte. Eine Workbench noch drauf. Und hab ich eine Spitzacke. Ja, die können wir eh mal verbraten, die Spitzacke. Das bringt jetzt nicht sehr viel mehr, aber doch. Geht eigentlich. Jetzt bringt mir erstmal die Kohle entgegen. So. Dann haben wir hier die 2 Ofen. Öfen, nicht Ofen, Ofen. Öfen. Die 2 Ofen, okay. So, und die kommen dann... Ja, kann man auch öffnen. Gut, dann tun wir hier eine Kohle. Und da die Kohle rein. Ey, haben wir ja noch Kohle. Und auch einen Ofen, super. Alter, dann können wir den auch gleich verbraten, den Ofen. Sieht jetzt... Das sieht scheiße aus. Ich sehe es rein, das sieht scheiße aus. Dann tun wir den Wetter rein. Wir müssen eh nur ein paar neue Kisten, denn wenn das Lager dann... Ich hoffe, das packen wir in den nächsten... Boah, fuck. Was denn? Das hat mich jetzt bis zum Fluss durchgegraben. Und jetzt ist hier gerade Wasser reingekommen. Bis zu welchem Fluss? Nee, ich bin hier zu so einer... Naja, kann man nicht wirklich Höhle sagen. Und hab mich hier jetzt halt eben die ganze Zeit weiter gegraben. Aha. Um an Stein zu kommen. Ja. Jetzt bin ich an dem Fluss da. An irgendeinem Fluss halt. Ja. An einem Fluss halt, so. Ja, an einem Fluss halt. Bisschen weiter weg vom Haus. Aber Gott sei Dank kam...